Hallihallo und willkommen zu, ja nichts eigentlich. Es ist nur ein kleines Infovideo, um euch mal ein bisschen auf dem Laufen zu halten. Ich habe schon einen Rankenkitsberg gemacht, das ist glaube ich schon jetzt, ja das ist über zwei Jahre her, dass ich mal ein Infovideo oder ein Channel-Update gemacht habe. Manche fragen sich sicherlich, wo ist jetzt hier Project Unstable, bla 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 bla. Ja, wir hatten einige Probleme in letzter Zeit mit dem Root-Server, auf dem halt Project Unstable läuft. Einige von euch werden glaube ich verfolgen auch Schnauzes-Videos, von daher werdet ihr dort das alles schon gehört haben, was da passiert ist. Zudem kommt halt noch meine Arbeit momentan so ein bisschen, weil ich momentan so viel arbeiten muss, ja so viel jetzt auch wenn nicht, aber ich habe einfach nicht mehr so die Zeit, mich um YouTube zu kümmern nebenbei. Okay, ist jetzt aber nur diese Woche noch und ab denn die nächsten zwei Wochen habe ich Urlaub, da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit wieder, ja. Und da werden auch ein paar neue Projekte kommen, ja also Project Unstable wird weiterlaufen, daran gibt es keinen Zweifel. Ich habe bis jetzt nur noch nicht die Zeit und Gelegenheit gehabt weiter aufzunehmen und vorzubereiten und so weiter und so fort. Das wird dann nächste Woche kommen und was nächste Woche auch noch kommen wird, ist hoffentlich Fallout 4, da freue ich mich schon extrem drauf. Ich warte schon seit Fallout 3, seit wann kam der daraus? Sieben Jahren freue ich mich jetzt schon auf Fallout 4 und hoffe darauf. Und was auch noch kommen wird, Anno2205, ich weiß nur noch nicht von wem, entweder ich oder Kai oder Master, einer von uns würde das machen. Ja, das Blöde bei Anno, wir haben uns eigentlich das halt so gedacht, dass wir halt das schöne Multiplayer zocken, schöne lange Partien und weil wir halt privat viel auch Anno2205 und so weiter noch spielen, super Spiel. Aber das Blöde bei Anno2205 ist, die haben kein Multiplayer drin, was ich überhaupt nicht nachvollziehen, also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil ich mir mal in der Begründung da durchgelesen habe von den Entwicklern. Aber einfach so ein Spiel ohne Multiplayer rauszubringen, das finde ich schon ein bisschen blöd. Ja, es soll später nachkommen, per DLC oder gratis Download, Erweiterung, keine Ahnung, Update, irgendwas, auf jeden Fall wird es irgendwann Multiplayer geben, aber erstmal wird dann Singleplayer-Kampagne gespielt. Ja, das kommt, The Forest läuft natürlich noch weiter und Project Angle Stable. Ja, das sind so dann die vier Projekte, die wir da am Laufen haben. Achso, und Minecraft Adventure, nee, Minecraft Story Mode, ich habe den Namen jetzt schon fast vergessen, wird auch noch weitergehen. Die zweite Episode ist schon draußen, ich habe auch schon ein bisschen was aufgenommen, noch nicht alles von der zweiten Episode, aber das wird dann auch die Tage noch irgendwann kommen. Mal gucken, wann ich jetzt Zeit dazu habe, weil zum Beispiel heute jetzt, ich sitze jetzt hier Montagvormittag, ja, ich habe jetzt gerade mal Zeit dafür, dieses kleine Video hier aufzunehmen und zu bearbeiten dann nachher, bevor ich halt so arbeiten muss. Also deswegen, merkt ihr vielleicht ein bisschen, wie knapp das denn alles ist, weil wenn ich jetzt noch Minecraft aufnehmen wollte oder Videos rendern und keine Ahnung was, dafür habe ich dann einfach nicht die Zeit. Deswegen, ein bisschen weniger Folgen momentan, aber ab nächster Woche läuft dann alles wieder gewohnt weiter und ja, das war auch eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ja, ja, dann vielen Dank fürs reinschauen oder zuhören, es gibt ja hier nicht viel zu sehen und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Ja, haut rein! Ja, haut rein! Ja, haut rein!